er blendet den ladebildschirm aus um den ladebildschirm einzublenden toller effekt ich höre wie sie alle landen doppelte party abgehen abgehen die party und die das tut richtig weh in der lobby zählt es nicht immer aber ja ich habe hier in meinem lade ding es war ja du hast nur die ganzen es ist Das ist ja bei mir auch die ganz Franziska, weil du mir nicht küsst geklaut hast, du Pisse. Ja, weißt du doch warum? Weil du dann nicht mehr rauskriegst. Hehehehe. Mach dir mal lieber was. So cool, weh du jetzt mal was auf, dass es nicht groß wird. Boote, Boote, Boote. Ähm. Wirklich spannend jetzt, so. Ja. Ja, jetzt auch mal Challenge. Und dann nach links Richtung Bio-Weapon-Labs. Weil ich glaube, dass mehr bei Bio-Weapon-Labs landen werden. Okay. Also wir sollen jetzt direkt hier runter, oder was? Ja. Ah ja, na, ist dann doch... Irgendwie mal wieder zu langsam. Achtung. Achtung, Feinde... Ja, ne. Das Primärziel ist, alle Feinde auszuschalten. Angreif! Komm, al... Loll, man kann's an die Startkiste einfach am Wappentausch gegen den MP tauschen. Nein. Nein. Feindliche Drohne ist aktiv. Ich bin ja nicht. Da, 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 da. I'm the... It's a motherfucking deal. Da! Die Zeit wird knapp. Rück zum Zielgebiet vor. Das will ich gar nicht so weit, ne? Ah, ne. Der hetzt auch unnötig. Wie bitte? Ah, da, ja. Bei... Bei... Bei Hetzt unnötig fühlt er sich sofort angesprochen. Ach, ich hab ihn trainiert. Darüber, raus. Da wollte ich grad hin. Ja, das war ja. Wer hat da? Ähm, wird jemand von uns abgeschossen? Grad nicht. Ne, du? Ne. Möchtest du gerne? Nicht mal. Ja, nicht. Jetzt ist raus. Was? Da kledet dir da einfach die Leide hoch. Ein Schlingel ist das. Ein Schlingel. Jetzt muss man von euch noch offen machen. Rabatte! 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 Alda! Ja! Bist du mindest? Ist das wieder so ne minde besetzte Lobby oder... Bist du mindest... Ist es hier eigentlich ne minde bemittelte Lobby. jetzt als lobby als lobby also ich habe hier oben ist noch ein nebula mit sonst ja also das gas kriegen wir ja momentan auch aus russland nicht nur das eigene nehmen ich habe das damals eigentlich auch ausrüstern das wird da abschneid naja import export hendrick schild und panzerwester dann kommen wir zu einem shop dann kann ich schöne sachen ja ich auch ich habe auch 10k achten wir müssen so oder so rufen die mission werden wir nicht mehr verschließen können schade der bleibt offen wir waren das schild hier oben hier oben auf zum shop wo sind wir ganz hinten zehn kilometer weg hier sind noch nebula patronen und da vorne auch noch ja ich tausche kurz meine roboter hier ein mal gucken was geiles rauskommt ach ne alles klar ich habe keine maske also ich habe noch ein raketenwerfer ja hier vorne ist ein rabattshop für uns den ich freigeschaltet habe jetzt kommt der so komischwand ja gut hier links ist auch einfach eine ausrüstungskiste für Oma hat keiner nebula mitgenommen das gas reitet sich aus sicherheitszone wird verlegt feindliche drohne ist aktiv ich bin jetzt nicht schnell mit dir der drohne drauf geh mal dahin in der drohne kurve oder ja ich würde den nur direkt einsetzen weil ich noch einen luftschlag habe ja schlag ich kauf immer noch einer ich hab mal 15.000 soll ich noch irgendwas kaufen weiß ich nicht Sondern ein Personstruck dafür mal hin oder so. Als... ...Wenn ich dir schenke. Ohne... Verbündete Drohne in der Luft! Drücken, Ziel, Entschließen! Man, ich hab' mir mal einen Bezug zur Luftschlag geholt. Sollen wir weiter, oder bleiben wir hier? Ich würde weiter. Also, ich bleib' nicht hier, weil hier ist ein Stück. Hier kommt der Kreis und macht das gut. Die Zeit ist um! Auftrag gescheitert! Feindliche Drohne ist aktiv! Schon wieder. Oh, da ist jemand! Der ist auf der anderen Seite des Hofes. Ja. Das ist, wir kommen. Ja. Da war noch ein zweiter. Hattung, ich schmeiß grad ins Spending. Hat keinen gesehen. Er hat sich aber auch gegen die andere Richtung noch verteidigt. Da war noch zweiter. Haben wir eine Drohne? Ja. Verbündete Drohne in der Luft! Ein falsches Team ist hier auf der Schule. Unser Trupp wird gejagt. Es ist genau vor mir! Es ist genau vor mir! Es ist genau vor mir! Geh weiter! Push die durch! Push die durch! Ja! Ich hab dich! Komm mal nach Harry! Ab in die Sicherheitsdonne! Ups, sorry! War das einer von uns? Ja! Der, der Ups, sorry sagt es! Sollen wir hier hoch, oder? Ja, leeren. Das ist unten. Hier rein, oder? Das ist auch kein schlechtes Gewehr. Ihr habt ein Sturmgewehr! Ähm, ich hab nur ne Panzerungswest im Dock. Ich kann schmeißen, wenn ihr wollt. Ich hab noch 5. Betrohung ist nicht mehr ganz entwickler. Das Gas weitet sich aus. Wir könnten auch außen weiter. Okay. Ähm, ich hol mir mal kurz die Mission, dann kriegen wir zumindest mal einen gemarkert, wenn ich ihn so finde. Scheiße, ich hab's unten im Keller. Guck. Ich hab schon noch vor die Hose. Also ich würde davon ausgehen, dass irgendjemand auch noch auf dem Dach ist. Wäre jetzt einfach mal so die Schumotraske. Wundervoll! Aufpassen! Wiederauferstehung ist gleich vorbei! Hab das Ziel im V4! Benne, du solltest nicht zu weit raus. Du bist das Bedrohung sehr hoch. Alle Preise sind ja normal. Und feindliche Jäger haben das zu verloben. Ich war da, wo ich gemarkiert habe. Ist immer ich im Haus. Wollen wir das schon mal richtig? Verwündeter Klasserschlag ist unterwegs. Hab einen, Kropp! Raus mit mir, bitte. Hinten hat sich da einer runtergeknoppt. In dem Haus ist immer noch einer. Ja. Ja. Sie erscheint heftig zu sein. Oberes Fenster wieder eben. Ja, vergesst es! Wir müssen. Moven. Feindliche Fußpatrouille. Alter. An dem Fenster, wo ich markiert habe, ist noch einer. Oben auf dem Hausdach neben dran ist noch einer. Ja, müssen. Hier drüben drin. Klingt nach movement hier. Hier ist jemand. Vorrat. Die haben wir dann ganze Zeit geschaut. Keine Ahnung. An der rechts. An der rechts. Bei einem zweiten Job. Wiederauferstehung abgeschaut. An der rechts. An der rechts. An der rechts. An der rechts. T-Wijk. Ay. P unut- fromischenpaarli. In meinem Raketenwerfer war noch von dieser Spezialmonie drin. Also, wenn ihr den noch verballern würdet, wäre super. Ich weiß nicht, ob die counten bei Wilder geht. Hat jeder eine Gasmaske? Ja. GASMASKE Ende. Unten ist jemand gelandet bei euch im Dach. NAH! Wir sind da reingelaufen! Ach so, Entschuldigung, du bist eben hier reingelaufen, der war schabiert. Ich habe keine Gasmaske. Da sind die. Punkt. Wir müssen. Ja. Zeit, hush! Hush! Bei mir ist einer dritte! Hab hier! Hab ich! Zwei. 2! Ich bin hier unter Beschuss! cardboard nein nicht nachladen du müsstest wirklich runterspringen das kannst du bei mir vergessen die 10 uhr runde noch also von mir wieder und ich hab nicht gespät gekriegt diesmal genau betont und ich hab nicht gespätet Da ba da ba da Oh, der motherfucking BIP Snoop Dogg Der ist auch allgeheblich, du das Snooby-Doooby Der Ladebildschirm ist bei mir relativ lang, bei euch auch Ja, das ist normal, damit man sich das hier auch alles mal genau angucken kann Der blaue Pfeil, der muss in der Mitte vom Kreis sein und den orangen Pfeil angucken Das ist hier, so funktioniert überleben So funktioniert überleben, mach das doch gleich mal Und die Uhr tickt Ach, jetzt gleiche Bild nochmal, wie spannend Ach, guck mal, jetzt nochmal klein gemacht, raus gemacht, bunt gemacht Jetzt kommt nochmal ein Pinsel, mal die leeren Flächen aus und dann geht's auch los Bis zum Einsatz dauert es noch ein bisschen Achso, Tobi, du wolltest gerade irgendwas mit Doppelabschuss, gell? Ja Ich hab gerade ein Stück Ja, aber das zähl in der Lobby immer noch nicht Was? Das zähl in der Lobby immer noch nicht Nein, 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 nein In game Achso, na das ist, das ist scheiße Ich brauch aber 15 Stück Ich hab nicht einen Ich hab die ganzen einfach für normalen Multiplayer gemacht Die Leute, die da eben waren, die hab ich beide hochgespreckt mit einer Ja, aber ich brauch ja Doppelabschlüsse mit einem Sturmgewehr, ich brüß mit deinem Weg nichts Ich hab da recht Hallo, mein Nein Aber ich hab, aber es hieß Popcorn, das fand ich witzig Oh Gott, ich hab den weg Toll Äh, wenn du einen dürfte Wunschlüsse, heißt Wunschlüsse, heißt Wunschlüsse, ist auch ganz gut Ja Ja, ich fand mein Doppelabschlüsse, weil es Popcorn ist, ne Du wirst jetzt von hinten abgeschossen, wo eben noch der Henne war, das find ich mir so unfair Ja, warte, ich bin Fenkers und dann war ich schon Alter, hast du aber auch einfach, bitte, einfach nicht richtig kommuniziert Ich hab, ich hab endlich mal meine richtige Waffe, die ich die ganze Zeit vorhinhalten bekommen Ja, ey, warum werd ich jetzt von hinten abgeschossen, achte, heißt immer noch mal den Fasserturm Ja, der ist grad eben gelandt, hab ich gesehen, hier Zack, zack, bum bum, ich bin der Fasserturm Du ähm Das hast du nix gemacht, das hast du einfach so hingenommen Du als eigentlicher auch Perse, ich bin der Fasserturmvergützter Ich bin auf dem Fasserturm, hab ich grad mit dem Hatter gekillt Ich bin auf dem Fasserturm, du hast mich mit dem Hatter gekillt? Ja, nee, ich bin der Fasserturm, gerade am Stand Toll, ich kann nicht glauben, dass der Fasserturm mich zu töten Oh, jetzt bekämpfen wir erst den echten Feind Oh, scheiße, so an als Püppchen Hallo, Püppchen Hi, Püppchen, du musst dir an dich Erstmal brechen wir uns noch mal die Arme bei den O-Mail Da war da war daaa Auf Sobisarast Ja, ich bin dafür, dass wir Sobisarach genauso gemacht Dann... Junge, mach jetzt! Entspann dich! Der wär schon gelandet ist Wieso bist du noch nicht gesprungen? Es ist Krieg! Ich geh auf der Rückseite von dem Gebäude runter Nee, da geh ich runter Okay, ich geh da nicht runter, ich komm drin Ja, hier hinten ist auch ein Shop, das ist schon mal nicht schlecht Wir sind wieder nur 36 Leute Ja, und? Das ist für meinen Geschmack ehrlich gesagt Das ist 32 zu viel Nicht 33 Das Missionsziel lautet Das Kopfgeldziel auszuschalten Ach so Der ist jetzt wo? Keine Ahnung Uh, ich werd abgeschlossen Ich werd nichts sagen, aber das ist schon nicht gut Ach, da ist der Wir nehmen dich ins Visier! Oh, ist das jetzt lautes hier? Das ist ja zu laut, finde ich Ich find das ja ungehörig Ah, ah, fuck Ah, ah, fuck Ah, ah, fuck, ist das neue Sender mit schlechter Musik? Ja Schade, er ist schon geschehen können Jetzt ist man besser auf die Leiche vom Gegner geschossen So, ich hab mich gerecht, äh, euch gerecht Oh, da oben ist noch eine Jetzt ist der Wegler aber Ich hab's schon gesehen Wahrscheinlich mehr so die Muni, ne? Pass auf, wo du hinschießt, Pendejo Hol jemand, das Scharfschützen gewährt Und tu ne Waffe drauf Oh Pass auf, wo du hinschießt, Pendejo Was war ich? Oh, das ist geil Boah Ich habe mich anvisiert Feindliche Drohne ist aktiv Das Gas breit Warum hat's niemand hier das Geld geholt? Wir haben genug Geld für, ähm Für ne Box Kommt mal zu mir, äh, lass uns mal Geld zusammenlegen Dann können wir ne Box holen Warum machst du denn was? Wenn der Kreiskreis kommt zu mir, äh Ist die Zeit Wir sind in der Sicherheitszone Kann jemand vor euch nochmal marken? Ja, jetzt hab ich keinen Muni mehr Feindster Heli Ich hab' mir Schiss bekommen Hehehe Feindster Heli Feindster Heli Feindster Heli Feindster Heli Ich geh' hier drüben einmal aufs Hausdach Das ist nicht so hilfreich, muss ich gestehen Ich seh's aktuell nicht Bei mir ist immer runtergesprungen Ja, sind zwei Da drüben kämpft Kattensport Ausrüstungslieferung ist unterwegs Hint daneben Gucken schön feind in eure Richtung Bis jetzt ignorieren die noch mich hier Nice Ich hab' mir Schiss bekommen Ja, der Nächste kommt, der Nächste kommt nach vorne wieder raus Nein 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 Hat noch nichts bekommen Ja, ich hab' mir auch nochmal Aber jetzt bin ich komplett leer Jetzt hab' ich so gar nichts mehr hier Bei uns war die Bei uns Ich hab' keine Muni Ich kann nichts machen Ich kann nur zugucken Hendrik und Co. spawnen bei mir Ich wohl unten im Aus... Scheiss nicht Ja Sasa, ich hab' keine Muni Nee Oder 7000 oder 8000 Das reicht Kommt hier runter Ich frage, wenn das für ein Typ wieder mit Dauerfeuer würde uns zur Seite bewegen Nee, wo ist denn das Ding jetzt hin? Äh, Wasser Oh, nee, jetzt, oder? Das ist jetzt nicht dein Scheissernst Das ist jetzt nicht dein Ernst Das ist jetzt nicht dein Ernst Wie ist denn das da jetzt gerade zur Seite weggepackt? Ja, schon geworfen Nee, ich hab' ihm zugeschaut Ich sah eigentlich Nee, du brauchst ihm jetzt gleich entschuldigen Ah, ich hab' ihn wieder Ah, ja, der... Ah, ja, der... Ah, ja... Ah, ja, der... Ah, ja... Schau'st du, kleine Häuschen Ach, kacke Ich weiß, die schießen sogar gar nicht mehr so schlecht Ja, gut Der hat's aber auch einfach gehabt What? Ich hab' dem Messer erwischt, der ist nicht gestorben Hier, bei mir, bei mir Ja, Mist Okay, das war halt keine gute Runde Ja, mit Deckung nicht aufhören Wie bitte? Was? Er hat gesagt doch Idiot, hat Spaß gemacht Ihr könnt gerne mich verantwortlich machen, aber ihr kann's halt nicht Nee, ich glaub' es lag nicht an Martin Doch auch Weil... Nee, weil Martin hat wirklich das, was man für mich erwarten kann erfüllt Ich dich auch schnuppen Pups